Jeden Morgen bin ich die Erste, die hier reinkommen und drehe den Schlüssel um und das Licht geht hier an und ich liebe diesen Moment. Ich habe noch die alte Praxis miterlebt und bin ganz begeistert, was hier Neues entstanden ist. Es ist ein ganz anderes Gefühl, hier hinzukommen und bin froh, ein Teil dieser Praxis sein zu dürfen. Wir haben drei Zahnärzte hier, alle drei sind Spezialisten auf ihrem Gebiet. Also Frau Doktor nenne ich immer das Herz der Praxis und Herr Kim ist der Kopf und dieses zusammen entwickelt eine Dynamik, die man jeden Tag hier spüren kann in den Räumen. Auch Herr Vogelsang ist ein sehr guter Zahnarzt, der viel Humor mit hier in die Praxis reinbringt und der auch wirklich gute Arbeit leistet. Es kommt eine Dentalhygienikerin, die unseren Bereich Prophylaxe nochmal erweitert und dadurch auch das Ganze nochmal auf ein anderes Level anhebt. Ich möchte aus der Superprophylaxe-Abteilung die Beste von uns noch rückmachen. Wir versuchen es dem Patienten von der ersten Sekunde so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir werden jedes Mal darauf angesprochen, dass es hier sehr schön aussieht, was ganz anderes ist. Dass sie sich wirklich nicht fühlen, als wären sie in einer Zahnarztpraxis. Viele Patienten, haben man schon gesagt, die fühlen sich wie in einer Wellness-Oase. Die Wohlfühlpraxis gilt nicht nur für den Patienten, sondern fürs komplette Team. Man hat das Gefühl, man wird hier wirklich gebraucht, man wird gewertschätzt. Wenn die Patienten sich wohlfühlen, fühlen wir uns genauso wohl. Wenn ein Patient hier glücklich rausgeht, bin ich auch glücklich. Also ich würde mich hier auch behandeln lassen, was ich auch natürlich tue. Ich würde mich noch erreichen, dass ich vielfühlen möchte. Eine